Und was ist das Besondere an der richtigen Straße? Warte mal ab. Hä? Warte mal ab. Durch die dreckliche Scheibe löst du's aus. Ja, war ja nix dafür, wenn's an der geputzt ist. Ja, ich mach's auch nicht besser. Ne, wird nicht besser. Ne, wird nicht besser, ne? Das hab ich doch. Ein bisschen schlechter. Ja, ein bisschen. Äh, ich werd nass, das wird rein. Ah, ja. Was ist das, hast du davon? Sehr schlau, ja. Ja, gibt Gas? Äh, hä. Was ist das Besondere an der Straße? Guck, 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 guck. Pass auf. Ich seh, ich ahn's schon. Geil. Need of Speed. Äh, hä. Was ist das Besondere an der Straße? Guck, 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 guck. Guck, guck, guck. Pass auf. Ich seh, ich ahn's schon. Geil. Need of Speed. Was ist das Besondere an der Straße? Ach, die Mama ist zu langsam. Hä? Die Mama ist zu langsam. Na ja, der Schwotty, der ist zu morsch. Hehehe. Dann gib doch einfach mal mehr Gas. Nee, passt schon. Das Autole muss es ja auch packen. Was ist das Besondere an der Straße? Ja, da guck jetzt. Achtung. Oh. Schön. Wow. Cool. Oh, wow, cool. Kommt keiner? Nee. Kommt keiner? Nee. Kommt keiner. Ja, wie fett geil ist das denn? Oh, ich muss aber irgendwie aufnehmen. So, jetzt von oben runter. Das ist ja geil. Ist ja cool. Sag ich das nicht. Ja. Ja. Hey. Was kommt jetzt noch? Nichts mehr. Jetzt sind wir in Niederhammer. Stadt. Niederhammer. 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 Ja, ja, so ähnlich. Achtung. Drangsa. Da. Das hätten wir auch nur verflüchtigt. Ja. Was lässt du dann hier an den Ort? Nichts. Da müssen wir einfach durch, um nach Hause zu kommen. Da ist unser Nachhause weg. Deinen letzten vergesst ein schönes Mal. Ja. Komm her. Oh, ja, geil. Schön. Auch schon eine Woche oder zwei Eltern. Schöner Hund war das grad. Ist der noch süß? Ja, ist er auch. Stopp. Stopp! 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 Kobesecke. Kobesecke. Hab ich schon erwähnt, das ist der Westerwald. Da weht der Westerwald. Und da ist alles ein bisschen enger, ein bisschen kleiner und ein bisschen einsamer. Aua! Aua! Ist ja... Gut, darf ich mal den Eiskaffee auf. Spaß ist nicht. Mama, wann kann ich wieder hin? Wenn's kühler wird. So was? Dass die Kinderspielparks so ein Indoor-Spiel bleibt. Ach, warum wenn's kühler wird? Tja, weil man jetzt ja nicht dahin gehen muss, jetzt kann man ja auch draußen spielen. Da kann man ja auch andere Sachen machen, die man im Winter nicht machen kann. Und Schlimmer gehen ins kalte Wasser. Genau. Das heißt Kaltwasser. Das heißt, das ist ein Ballon bisschen. Ja. Das heißt, das ist ein Ballon bisschen. Ja. Stopp! Machst du doch! Wenden Sie bitte und betrinken Sie die von Gärdensprachen. Schöp! 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 Boah, ja. Fettgeil! Yeah! Oh, okay. Dunkel hier? Ja. Wow! Wollen wir ein bisschen schneller? Dunkel! Nee, hier nicht in der Stadt drin. Gott Simmels Willen. Das ist ja die Stadt. Hä? Doch, das ist die Stadt. Innenstadt. Arzt... Innen-Dingsbums. Bums, Bums, Bums. Das machst du nicht ins Internet, oder? Natürlich machst du es ins Internet. Das glaubst du aber. Ist für die Amerikaner, dass die sehen, was für verrückte Straßen wir haben. Aber an der Staatsseite? Äh, ja. Nicht an deiner Seite, weil... Na doch an meiner Seite, Schatzkeksle. Hä? Ja, natürlich an meiner Seite. An meiner Seite sind die Amerikaner. Meine Familie muss doch aussehen, was sie verpassen, wenn sie nicht hierher kommen. Die normale Stadtseite von Facebook. Ja. Nee. Bei mir auf die Seite. Ja, dann geh ich. Na, ich mach das doch eh auf YouTube hoch. Und mach dann nur einfach, äh, teilen. Hier sind die Limburger Dom-Zinnknaben zu Hause hier oben. Ah, ja. Mhm. Mit wem denn? Schön. Schön. Mit ihrem Chorleiter. Wow. Ja. Wow. Bamba. Ja. Wow. Bamba. 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 Hundsaugen. Also Namen haben die hier in der Gegend, das ist der Wahnsinn. Hundsangen. Hä? Hundsangen. Das sieht aus wie Hunds Augen. Da ist ein gelbes Auge im Himmel. Ich würd mal sagen, es ist die untergehende Sonne. Sonnenuntergang. Ja. Gut so. Ja. Ja. Die Mama fährt Auto, die Mama guckt sich die Straße an. Du kannst gucken, was du willst. Du kannst gucken, was du willst. Ey, der geht ja da vorne auf. Ja. Genau. Wahnsinn, oder? Nichts als Nichts. Absolut Nichts. Ein Haus in der ganzen Gegend. Zwei Häuser. Zwei Ställe. Was ist das Gespräch mit dem Video? Natürlich. Das glaubst du aber. Du musst jetzt nicht lauter schreien, weil du weißt, was dich wird. Ja. Was meinst du, warum die Mama so still ist? Sie redet nichts mehr mit uns. Hallo, Mama, bist du taub? Wieso, taub? Wenn sie nichts redet, ist sie ja nicht taub, sondern stumpf. Die Mama, äh, die Flasche hat mich eingespuckt. Ja, selber schuld. Ich hab die aufgemacht. Selber schuld. Jeder kriegt was er verdient. Ich hab so eine Flase raus. Die hat voll auf meine Flasche geplatscht. Geplatscht. Der was? Der was? Nase. Was ist es auf deine Nase? Geplatscht. 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 Hier. Kommen wir von der Eckerei mit den zwölf Dingern? Das würd ich gern aufnehmen. Nein, das ist ganz woanders. Tja. Aber das ist doch in der Nähe, oder? Ja, ja. Aber das ist noch hinter. Ist ja egal. né, ich kann mal hinfahren in die Markt Siehst du, Hundsaugen? Mit N. Ach, sorry. Hundsaugen. Hundsaugen. Ja, also die Dörfer hier haben Namen, da fällt da nichts dazu ein. Ja, weil dann könnte man an den zwölf Stationen vorbeifahren, dann kann man sich ihnen zeigen. Kann man machen. Ja, weil das passt dann gerade noch so schön dazu. Dauert aber noch ein bisschen. Also wurscht. Ich kann eine halbe Stunde am Stück aufnehmen. Okay. Ich kann die Leute langweilen, da habe ich kein Problem mit. Das dauert es nicht. Ich kann nur zehn Minuten aufnehmen. Also falls die Leute noch nicht im Westerwald waren, jetzt wissen sie, was ihnen blüht. Landschaft ist schön. Wunderhübsch. Aber wehe. Ah, hier war ich schon. Ja, da hast du schon, aber nicht zu Fuß. Weiß ich nicht. Aber an das Eierwoche erinnere ich mich. Ja, mit dem Bus gestern, oder? Ja, das kann sein, ja. Oder mit dem im Auto, weiß ich nicht. Ja, zu Fuß nicht. Hier laufe ich ja gar nicht. Üben. Ja. Oh, wir fahren in die Untergehende Sonne. Ja. Können wir immer weiter geradeaus fahren? Ja, solange die Straße das zulässt, klar. Da ist schon die Sonne. Nimm mal die Sonne auf. Da machst du schon die ganze Zeit. So ein bisschen neben hier drin. Ja, ein bisschen. Nee, du nimmst die Straße auf. Ja, und da ist die Sonne dabei. Die ist jetzt von rechts auf links gewechselt. Nee, da wo die Sonne jetzt ist, da ist Westen. Ja. Und hinter uns ist Osten. Also ist da rechts von uns Norden und links von uns Süden. Ich hab doch gesagt Osten. Ja, ja, ja. Du hast gesagt, ja. Wir fahren jetzt Nord-Westlich. Äh, ja. Eigentlich fahren wir östlich. So? Aber wenn wir da... Erst am Westen, wenn ich es da... Ja, ja. Guten Morgen. Ja, westlich. Ja, dann fahren wir westlich. Dann westlich. Ja, West-Nord-West. 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 Westlich. Westlich. Ja. Und schon wieder kommen wir in den Wald rein und es wird dunkel. Yeah. Wirst du euch mal geben? Hm. Ich bin ja auch nicht. Ja. Boah. Buh. Dump. Jetzt ist mal. Das Wasser runtergefallen. Ja. Und das Wasser. Ja, ich werde bombardiert. Ich werde mit Wasser bombardiert. Ja. 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 Kamikaze. Ja. Nein, den holen Sie zu. Ja. Ich habe schon mal erwähnt, dass mein Arm abfault. Abfault? Ja, fällt. So weit ist es schon. Halt es mal grad. Schaffst du nicht. Also ich schaff es nicht. Dann erzählt mir YouTube nachher wieder, wir haben festgestellt, bei Ihnen war das Video, sollen wir es Ihnen reparieren? Ja bitte. Warten Sie. Ja bitte. Walmarot, auch wir sind in der Nähe. Walmarot, da ist es nicht mehr weit. Ja, weiß ich. Also nicht nur die Pfalz hat schöne, also das ist ja Rheinland-Pfalz, habe ich jetzt völlig vergessen, weil eigentlich die Pfalz, die ich kenne, auf der anderen Seite vom Rhein, da bei den Stinkern, die haben ja tolle Häuser und alte Dörfer, aber ist ja auch Rheinland-Pfalz-Rorschbestand-Wundern. Pfalz ist altertümlich, die ist noch in der Ritterzeit hängen geblieben. Wir haben vergessen, modern zu werden. Ich bin mal gespannt, ob man das nachher auf dem Video sieht, wie wir auf den Mond, Quatsch, auf den Sonnenuntergang zu fahren. Ja, ich glaube, dumm Zeug. Dumm Zeug, dumm Zeug, dumm Zeug. Die Reise zum Mond. Ja, ja. Achtung, scharf. Rechts. Ja, 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 ja. Was macht? Fährt niemand, warum? Ja nicht, dass wir ja nicht da hinfahren. Vergiss die zwölf Stationen nicht. Nein, nein, ich vergiss das nicht, die sind dahinter. Müssen wir zuhause vorbeifahren. Ja, weiß ich ja. Und dann irgendwie so da. So da, genau. Ja, so da, da. Ja, so da, da. Die müssen wir aber auch irgendwann wieder weg oder drehen. Ja, danach, klar. Logisch. Die Häuser mit ausnehmen, weil die sehen schön aus. Ja, die kommen ja automatisch mit drauf. Wenn wir dran vorbei helfen. Au, mein Kopf liegt auf der Tür. Ja, dann mach ihn weg. Ja, mein Kopf liegt auf der Tür. Also die Seife riecht echt gut. Ja, doch. Ja, dann riecht die immer noch so gut. Ah, die Sonne, da geht die Sonne. Ich weiß gar nicht, ob wir das aufnehmen. Ey. Achtung auf deine Wortwahl. Achtung, Bilkheim zu. Achtung. 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 Psch, psch. Achtung. 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 machen. Also an Ostern gehen die nicht in die Kirche, sondern auf die Straße. Oh, guck mal, Pferde. Karfreitag. Ja, ebenso. Ja, geil. Karfreitag. Ja, Karfreitag. Gehen die auf die Straße und dann gucken die die verschiedenen Häusles an. Ist das das Erste? Nein. Aber guck mal. Sagt sie nein? Schon wieder sind wir im Dunkeln. Geh mal die geilen Straßen an. Ähm, Timo. Jetzt du dich mal bitte zurück ein bisschen. Im Moment. Ja, und dein Geplapper auch. Ich weiß nicht, was früher ist. Äh, ach, ich dachte, es sei ja selber an. Ach, ist das Hintersalz? Ach, da hab ich was falsch. Oh, da hab ich was falsch verstanden. Ah, auf die Idee wär ich schnell gekommen. Da hab ich völlig falsch verstanden. Also auf jeden Fall gehen die an Karfreitag da hin und tapseln dann die zwölf Stationen ab. Ja, das machen wir ja jetzt. Ah, nee, lass ihn doch weg. Ist ja in Ordnung. Nur nicht wie er eben so durchgedreht ist mit dem... und wenden und wenden und wenden und wenden. Weil da willst du dann seinen Hals wenden. So, hier, Nummer eins. Da. Oh, oh, jetzt hab ich's verpasst. Sollen wir mal zurückfahren? Ja. Aber ich weiß, was passiert. Ich guck, ja. So. Ich guck auch ein bisschen. Halt, stopp, stopp, stopp. Nee, jetzt. Ah, Moment. Jetzt habt ihr die Sabine vor der Nase. So, das ist jetzt die erste Station. First Station. For Black Friday. They really go out of the house. They do not go to church. They come here. And then they walk the 12 stations. Oh. Okay. Bäh. And I'm gonna show you. They really do that here. They're so retards. They're so far behind. Back in the old age. They really do that. First Station. Second Station. And I'm pretty sure they're praying. Yeah. They're praying here. Yeah. Yeah, she's nodding her head. So, yeah. They're standing there praying. They're doing their prayers. This is where I am at right now. On my walk of change. Okay. Okay. So. Dritte. Kannst du nicht sehen. Okay. Okay. So. Guckheim. 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 Salz. Was sollen das denn für Stationen sein? Äh. Okay. Danke. Ähm. Zum Beten. Timo. Zum Beten. Gebetsstationen an Karfreitag. Aber der muss doch immer Englisch sprechen. Was muss er? Du musst Englisch sprechen. Ja. So. Nee, muss ich nicht. Ich hab's ihnen ja jetzt erklärt. Jetzt kann ich noch mal Deutsch weiterreden. Aber er muss es mir da. Ach, dein Navi ist im Weg. Schenk doch die ganze Zeit. Oh. Liegen Sie links ab? Nicht. Sieh mal, mach mal eine Zeit lang nicht. Das ist noch weh. Danke. Oh. Hey, family gals. Gals. Kuh in der Kuh. Yeah. We're in the boondocks. Yeah. Kuh. Down in the boondocks. Da sind ja wirklich ganz viele Kühe. So. Ja. Da sind dann zwei Kühe. Ja, sieh ja nicht nur zwei. Zwei Kühe. Das waren doch nicht nur zwei Kühe. Okay. So. Ja. Oh, look. Sunset. Ja. Poop. Shit. Okay. Danke. Well, they really do walk. It's not like us, sitting in the car. It's just for me, showing you guys. What we're doing here. What they really still do in Germany. Because I'm pretty sure you guys ain't got that. We do there, though. Well. Not in the country. Eh, not in the cities. But here, countryside. I'm so in the boondocks. You wouldn't believe it. Okay, next one. I forgot to count. Can't remember the numbers. How many are we now? I don't know. Okay. It's not right here. Okay. It's not right here. No. Okay. I don't know if I can get it on the video or not. I don't know if it's on the video or not. I don't know if it's on the video or not. I don't know if it's on the video. Just look at it. Yeah, we'll do it later. So. I'll do it later. I'll do it a little closer. Okay. There he is. That must have been. Okay. And this is the chapel. Or church. Where are they going to. See this? Amazing, huh? I can't. Is it the car? I'm not a cop. So. This is it. What is it? Salt. They call their city, Their cow village, Salt. That's incredible. Now, it's the salt. You see this? Then there are many birds. Okay, okay, this was it, I just wanted you to know where I'm at, what I'm doing, where I'm stuck for three weeks by now, that lady's so incredible, she's so charming, helpful and kind, I don't know how I deserve it, but hey, I accept it, I take it, look how far that goes, I don't know if you can see it, if the camera's taking it, because I'm doing it behind class, see and that's the kind lady, that's her, yeah. Doch, 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 muss auch mal sein. Ja, ne. Ja, Moment, muss umdrehen. Das ist die Stimme aus dem Hintergrund, that's Timo. Hallo. Five years old, right, count, walkin', talkin', and he's way far too far from school. Okay, ich kann's wieder wegmachen. Okay. So, jetzt sind wir wieder in der Ortschaft. Jetzt geht's, Herr Spock. Jetzt geht's nach Bildheim und dann Video hochladen und essen und trinken. Okay, vielen Dank für eure Geduld und viel Spaß mit dem Angucken. Tschüss. Tschüss, bis denn dann.